Die Spannungen innerhalb der königlichen Familie schwelten schon seit Jahren. Doch die jüngsten Ereignisse haben einen Siedepunkt erreicht. Berichten zufolge hat Kate Middleton einen dramatischen Schritt unternommen, indem sie Königin Camilla aus den königlichen Angelegenheiten ausgeschlossen hat, nachdem sie sich heftig über niemand anderen als Prinz Harry beschwert hatte. Was führte zu diesem schockierenden Schritt und welche Auswirkungen könnte dies auf die Zukunft der Monarchie haben? Bleiben Sie dran, während wir die Details auspacken. Wenn Sie ein treuer Zuschauer der königlichen Familie sind, geben Sie uns bitte als Kommentar 1 Bescheid. Und jetzt gehen wir ins Detail. Lassen Sie uns zunächst auf die zugrunde liegende Spannung innerhalb der königlichen Familie zurückkommen. Im Allgemeinen ist der Buckingham Palace ein Ort friedlicher Würde. Aktuelle Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist. Der Buckingham Palace ist ein Symbol für Geschichte und Anstand. Es heißt, dass sich Prinzessin Kate Middleton, die für ihre Gelassenheit und Anmut bekannt ist, mitten in einem Gewitter befindet, das sich zusammenbringt. Die angebliche Konfrontation fand statt, als Königin Camilla nach Angaben von Personen mit Kenntnis der Situation abfällige Äußerungen über Prinz Harry, Herzog von Sussex, machte. Obwohl der konkrete Inhalt der Beschwerde noch unbekannt ist, geht man davon aus, dass Kate Middleton die Aussagen von Königin Camilla als ziemlich beleidigend empfand. Middleton hat offenbar hart daran gearbeitet, trotz anhaltender Schwierigkeiten den Frieden und die Einheit innerhalb der königlichen Familie aufrecht zu erhalten. Berichten zufolge soll Kate Middleton, die für ihre diplomatische Haltung bekannt ist, über die Worte von Königin Camilla ziemlich besorgt gewesen sein. Sie soll zu dem Schluss gekommen sein, dass eine entscheidende Maßnahme erforderlich sei, um Prinz Harry zu retten und die Ehre der königlichen Familie zu wahren, trotz der Tatsache, dass sie nicht in der Lage ist, an Veranstaltungen wie den Gedenkfeierlichkeiten zum D-Day teilzunehmen und dass sie nicht beim Truppenaufmarsch anwesend sein wird. Nur damit sie es wissen, es ist unvermeidlich, dass diese bedeutsame Aktion einige Kontroversen unter den Königen ausgelöst hat. Familie. Die Beziehungen zwischen hochrangigen Mitgliedern der Monarchie sind aufgrund verschiedener persönlicher und öffentlicher Meinungsverschiedenheiten, insbesondere derjenigen, die Prinz Harry und Meghan Markle betreffen, bereits angespannt. Durch das jüngste Drama sind die ohnehin schon sensiblen Beziehungen innerhalb der Familie um eine weitere Schwierigkeitsstufe gewachsen. Was hat die Stimmung in der königlichen Residenz aufgewühlt? Steckt hinter den Gerüchten ein Wahrheitsgehalt? Oder ist das nur viel Lärm? Um nichts. Lassen Sie uns den Schleier lüften und das Geflüster um die Herzogin und die möglichen Unruhen innerhalb der Palastmauern untersuchen. Das jüngste Rindfleisch. Kürzlich kam es im Buckingham Palace zu einer erheblichen Kontroverse zwischen Kate Middleton, Prinzessin von Wales und der Königin Gemahlin. Der Vorfall geht auf die Krönung von König Charles zurück, bei der Kate und die Königin Camilla berichten zufolge eine große Meinungsverschiedenheit über die Gästeliste hatten. Laut dem Biografen Tom Bauer war Kate unglücklich darüber, dass Camilla mehr Gäste einladen konnte, als sie konnte. Diese Unzufriedenheit wurde noch deutlicher als Kate und andere Mitglieder des Königshauses, darunter auch Prinz William, während der Zeremonie keinen Knicks vor Camilla machten, was auf eine unterschwellige Spannung hindeutete. Der Hintergrund zu dieser Ausgabe begann sich bei der Geburtstagsparade der Königin zu entfalten, bei der Kate Middleton lebhaft und engagiert an öffentlichen Feierlichkeiten teilnahm. Die Ereignisse hinter den Kulissen zeichneten jedoch ein anderes Bild. Laut Tom Bauer kam es während der Planungsphase der Krönung von König Charles zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Kate und Camilla über die Zuteilung der Gästeliste. Kate fühlte sich beleidigt und respektlos, weil Camilla das Privileg hatte, eine größere Anzahl von Gästen, darunter mehr ihrer Familienmitglieder, einzuladen, als Kate zugeteilte Einladungen hatten. Noch deutlicher wurde die Zwietracht am Tag der Krönung. Beobachter bemerkten, dass Kate Middleton und Prinz William keinen Knicks vor Camilla machten, als sie vorbeikam, eine Geste, die in krassem Gegensatz zu der traditionellen Respektbezeugung stand, die bei solchen Veranstaltungen erwartet wird. Dieses bewusste Unterlassen wurde als öffentliche zur Schaustellung der anhaltenden Spannungen interpretiert. Der Biograf Tom Bauer betonte, dass dies kein Einzelfall sei, da auch andere Mitglieder der königlichen Familie Kates und Williams Unzufriedenheit mit Camilla teilten, was teilweise auf ihre kürzliche Erhöhung des Titels von der Gemahlin der Königin zur Königin zurückzuführen sei. Zu der Komplexität der Situation kam noch ein Vorfall mit Prinzessin Anne hinzu. Berichten zufolge konfrontierte Anne Camilla während des Krönungsdinners mit der Änderung ihres Titels und bestand darauf, dass sie sie trotz der offiziellen Änderung weiterhin als Königin-Gemahlin bezeichnen würde. Berichten zufolge fand diese Konfrontation im Beisein anderer Familienmitglieder statt, was die Atmosphäre zusätzlich belastete und König Charles in eine schwierige Lage brachte, da er versuchte, zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb seiner Familie zu vermitteln. Kate Middleton, oft als Inbegriff der Diplomatie innerhalb der britischen Königsfamilie gefeiert, steht derzeit vor einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens. Sie befindet sich nun in einer schwierigen Situation, die ihr öffentliches Image und ihr persönliches Wohlergehen in den Grundfesten zu erschüttern droht, Nach einem harten Kampf gegen den Krebs befindet sich Kate immer noch in der heiklen Phase der Genesung von der Chemotherapie. Diese Zeit erfordert Ruhe, emotionale Unterstützung und einen Fokus auf ihre Gesundheit. Dennoch bestand Königin Camilla darauf, dass Kate so schnell wie möglich zu ihren königlichen Pflichten zurückkehrt. Dieser Druck kommt zu einer Zeit, in der Kate Verständnis und Mitgefühl braucht. Keine Forderungen. Königin Camilla, die ihr Amt erst vor relativ kurzer Zeit angetreten hat, steht vor ganz eigenen Herausforderungen und Belastungen. Ihre Rolle erfordert ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Tradition, Moderne und den Erwartungen, die die Öffentlichkeit und die Institution selbst an die königliche Familie stellen. Ihr Beharren darauf, dass Kate ihre Pflichten wieder übernimmt, scheint jedoch den entscheidenden Aspekt von Kates anhaltender Genesung zu übersehen. Die Spannung erreichte einen neuen Höhepunkt, als Königin Camilla beschloss, Kate zu besuchen. Der freundschaftliche Besuch offenbarte schnell tiefere Beweggründe. Während dieses Besuchs äußerte Camilla ihre Erschöpfung angesichts ihrer Verpflichtungen und bat Kate, einige ihrer Aufgaben zu übernehmen. Diese Bitte, die zu einer Zeit kam, als Kate noch mit den Nachwirkungen der Chemotherapie zu kämpfen hatte, fühlte sich eher wie eine zusätzliche Belastung als wie eine unterstützende Geste an. Kates Reaktion war verständlicherweise frustriert und wütend. Ihre Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Familie sind in dieser Zeit ihr Hauptanliegen. Der Vorschlag, dass sie den königlichen Pflichten Vorrang vor ihrer Genesung und ihren familiären Verpflichtungen geben sollte, traf einen Nerv. Kates Hingabe an ihre Rolle und ihre Pflicht gegenüber der Krone sind gut dokumentiert, aber sie ist fest davon überzeugt, dass ihre Gesundheit Vorrang haben sollte. Der Konflikt zwischen Kate und Königin Camilla hat im königlichen Haushalt und in der Öffentlichkeit eine Welle von Emotionen und Fragen ausgelöst. Dieser Zusammenstoß verdeutlicht die oft unsichtbaren persönlichen Kämpfe der Royals, die trotz ihrer Privilegien starkem Druck und hohen Erwartungen ausgesetzt sind. Für Kate geht es in dieser Zeit nicht nur um die Genesung von einer körperlichen Krankheit, sondern auch darum, ein Gleichgewicht zwischen ihren königlichen Pflichten und ihrem Privatleben zu finden. Ihre Stärke und Belastbarkeit werden auf beispiellose Weise auf die Probe gestellt und die Unterstützung ihrer Familie und das Verständnis für die Anforderungen ihrer Rolle sind von entscheidender Bedeutung. Königin Camilla hingegen steht vor der Herausforderung, mit gutem Beispiel voranzugehen und gleichzeitig ein Gespür für die Bedürfnisse ihrer Familienmitglieder zu haben. Ihr Besuch bei Kate, ob beabsichtigt oder nicht, hat einen Dialog über den Druck eröffnet, dem die Royals ausgesetzt sind und den Bedarf an Empathie und Unterstützung in ihren Reihen. Nun steht Königin Camilla unter intensiver Beobachtung, nachdem sie offen zugegeben hat, dass sie sich müde und erschöpft fühlt. Königin Camilla steht aufgrund der großen Verantwortung, die sie als hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie mit sich bringt, unter intensiver Beobachtung. Dieses Eingeständnis hat nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit erregt, sondern auch eine erhebliche Welle der Kritik ausgelöst. Viele empfinden Camillas Beschwerden als trivial im Vergleich zu den schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen, mit denen Kate Middleton konfrontiert ist, die sich immer noch von der Chemotherapie erholt. Der Zeitpunkt von Camillas Aussage hat das Feuer nur noch weiter angeheizt. Während Kate darum kämpft, wieder zu Kräften zu kommen, haben die Öffentlichkeit und die Medien gleichermaßen Camillas Sensibilität und Empathie für die Notlage ihrer Schwiegertochter infrage gestellt. Camillas Rolle ist zweifellos anspruchsvoll und beinhaltet zahlreiche öffentliche Engagements, diplomatische Pflichten und die ständige Kontrolle, die das königliche Leben mit sich bringt. Ihr Ausdruck der Müdigkeit wird jedoch von vielen als mangelndes Bewusstsein für die dringenderen Probleme ihrer Familie, insbesondere Kates Gesundheit, angesehen. Die Situation eskalierte durch die Beteiligung weiterer Mitglieder der königlichen Familie weiter. Prinz Harry und Meghan Markle haben trotz ihrer räumlichen Distanz zu England und ihrer teilweisen Distanzierung von königlichen Pflichten ihre Unterstützung für Kate zum Ausdruck gebracht. Ihre öffentlichen Äußerungen, in denen sie Camilla zu mehr Empathie und Verständnis gegenüber Kate auffordern, haben dem Konflikt eine neue Dimension verliehen. Dieses sich entfaltende Drama erweckt den Eindruck, dass die königliche Familie am Rande einer großen Krise steht. Die Öffentlichkeit sieht nicht nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei prominenten königlichen Persönlichkeiten, sondern ein tieferes systemisches Problem innerhalb der Institution. Die königliche Familie, die für ihre stoische Fassade und ihr sorgfältig gepflegtes öffentliches Image bekannt ist, sieht sich derzeit mit sehr öffentlichen internen Konflikten konfrontiert, die langfristige Auswirkungen haben könnten. Die an Camilla gerichtete Kritik wirft auch Fragen zu den Erwartungen auf, die an Mitglieder der königlichen Familie gestellt werden. Die Anforderungen des öffentlichen Dienstes in Verbindung mit der intensiven Medienbeobachtung können erhebliche Auswirkungen auf ihre geistige und körperliche Gesundheit haben. Während Camillas Erschöpfungsgefühle verständlich sind, offenbart das Fehlen einer unterstützenden und einfühlsamen Herangehensweise an Kates Situation eine potenzielle Lücke in der Art und Weise, wie die königliche Familie ihre inneren Angelegenheiten regelt. Für Camilla ist dies ein entscheidender Moment, um Führung und Mitgefühl zu demonstrieren. Ihre Probleme anzuerkennen und gleichzeitig echte Unterstützung für Kate zu zeigen, könnte dazu beitragen, die Kritik, mit der sie konfrontiert ist, abzumildern. Es könnte auch ein positives Beispiel für den Rest der Familie und die Öffentlichkeit sein und die Bedeutung von Empathie und Unterstützung in einem Umfeld mit so hohem Druck hervorheben. Die Reaktion der königlichen Familie auf diese Situation wird genau beobachtet. Inmitten der Unruhen rund um die britische Königsfamilie nehmen die Gerüchte über den Zustand der Ehe von König Charles und Königin Camilla zu. Die Spekulationen über eine Krise in ihrer Beziehung haben nicht nachgelassen und es scheint, dass die Belastung innerhalb der Familie auch ihr Privatleben belastet. Berichten zufolge steht ihre Ehe auf wackeligen Beinen und sogar Prinz William hat sich zu Wort gemeldet und bestätigt, dass es zwischen dem Königspaar nicht gut läuft. Jüngste öffentliche Auftritte haben den Trennungsgerüchten zusätzlichen Auftrieb gegeben. Königin Camilla ist ohne König Charles in der Öffentlichkeit aufgetaucht, was eine deutliche Abkehr von ihrer üblichen Einheitsfront darstellt. Dies hat weit verbreitete Spekulationen über den Stand ihrer Beziehung ausgelöst. Kürzlich wurde König Charles allein bei einer Veranstaltung in Irland gesehen, was die Existenz familiärer und ehelicher Zwistigkeiten weiter bestätigte. Die Aussagen von Prinz William haben mehr Licht auf die Situation geworfen und deuten darauf hin, dass wir König Charles möglicherweise weiterhin bei zahlreichen Veranstaltungen sehen werden, jedoch wahrscheinlich ohne die Anwesenheit von Königin Camilla. Diese öffentliche Anerkennung von William hat zu Gerüchten geführt und Fragen über die Zukunft ihrer Ehe aufgeworfen. Die Spekulationen darüber, ob sie sich scheiden lassen oder einen Weg zur Versöhnung finden werden, bleiben offen und lassen die Öffentlichkeit und die Medien gespannt auf neue Entwicklungen warten. Die Beziehung zwischen König Charles und Königin Camilla stand schon immer auf dem Prüfstand und reicht, bis in die Zeit zurück, als Prinzessin Diana noch lebte. Der Schatten von Dianas Vermächtnis schwebt noch immer über der Ehe von Charles und Camilla und das Interesse der Öffentlichkeit an ihrer Beziehung hat nie nachgelassen. Die Krise in ihrer Ehe macht die aktuellen Probleme der königlichen Familie noch komplexer. Das jüngste Eingeständnis von Königin Camilla, erschöpft zu sein und die anhaltenden Spannungen mit Kate Middleton, haben die Familie bereits ins Rampenlicht gerückt. Nun verschlimmert das mögliche Scheitern der Ehe zwischen dem König und der Königin die Situation. Es handelt sich nicht nur um eine persönliche Krise, sondern um eine, die weitreichende Auswirkungen auf die Stabilität und Einheit der königlichen Familie hat. Neuesten Berichten zufolge ist Königin Camilla aufgrund von Müdigkeit und Stress vorübergehend von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten. Diese Entscheidung kommt zu einem besonders schwierigen Zeitpunkt für die britische Königsfamilie und fügt ihren anhaltenden Kämpfen eine weitere Ebene der Komplexität hinzu. Da sich Kate Middleton immer noch von einer Operation erholt und König Charles gegen den Krebs kämpft, herrscht im königlichen Haushalt ein erhebliches Führungsvakuum. Infolgedessen blieb Prinz William als einziges aktives, hochrangiges Mitglied übrig, das für gesellschaftliche und offizielle Engagements zur Verfügung stand, was Bedenken hinsichtlich der Stabilität und Kontinuität der Monarchie aufkommen ließ. Der vorübergehende Rückzug von Königin Camilla verdeutlicht den enormen Druck und die Verantwortung, die mit königlichen Pflichten einhergehen. Die anhaltenden Spannungen zwischen Prinz Harry und Königin Camilla sind zu einem bemerkenswerten Aspekt des öffentlichen Diskurses rund um die britische Königsfamilie geworden, die Fäde zwischen der Königin und Prinz Harry. Trotz der Bemühungen von Königin Camilla, eine herzliche Beziehung zu anderen Mitgliedern der königlichen Familie wie Prinz William und Kate Middleton aufrechtzuerhalten, deuten Gerüchte auf eine tief verwurzelte Feindseligkeit gegenüber Harry hin, die die königliche Dynamik erheblich beeinflussen könnte. Jüngsten Insiderberichten zufolge ist diese Spannung so weit eskaliert, dass Camilla angeblich Schritte unternimmt, um Harrys Interaktionen mit seinem Vater, König Charles, der derzeit gegen Krebs kämpft, einzuschränken. Die angespannte Beziehung zwischen Camilla und Harry ist keine neue Entwicklung. Seit den frühen Tagen von Camillas Beziehung zu Charles und ihrer späteren Rolle als Gemahlin der Königin gab es unterschwellige Spannungen. Prinz Harry hat seine Beschwerden gegenüber der königlichen Familie lautstark zum Ausdruck gebracht, was ihn manchmal mit Camilla in Konflikt brachte. Seine öffentliche Kritik und seine Entscheidung, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten, haben zweifellos die Beziehungen innerhalb der Familie belastet. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass diese Zwietracht dazu geführt hat, dass Camilla Harrys Zugang zu König Charles aktiv einschränkte. Der Insider behauptet, dass sich Camillas Abneigung gegenüber Harry in Handlungen niedergeschlagen hat, die seine Fähigkeit beeinträchtigen, Zeit mit seinem kranken Vater zu verbringen. Diese Situation ist angesichts der gesundheitlichen Probleme von König Charles besonders besorgniserregend. Sein Kampf gegen den Krebs ist ein zutiefst persönliches und kritisches Thema und die zusätzlichen familiären Konflikte verschlimmern den Stress und die Schwierigkeit seiner Erkrankung nur noch. Die Situation hat mehrere Fragen über die Art königlicher Interaktion und die Auswirkungen persönlicher Beziehungen auf öffentliche Pflichten aufgeworfen. Wenn die Berichte korrekt sind, deuten sie auf ein gewisses Maß an persönlicher Feindseligkeit hin, die Entscheidungen über den Zugang und die Unterstützung der Familie beeinflussen könnte. Die internen Konflikte der königlichen Familie sind nicht nur eine Frage privater Zwietracht, sondern wirken sich auch auf ihr öffentliches Image und ihre Funktionalität aus. Die Beziehung von Königin Camilla zu Prinz William und Kate Middleton scheint im Gegensatz zu ihren Interaktionen mit Harry zu stehen. Die Gemahlin der Königin scheint ein gutes Verhältnis zu William und Kate gepflegt zu haben, was möglicherweise ihre gemeinsamen Interessen und ihr gegenseitiges Verständnis widerspiegelt. Diese Bindung könnte im Vergleich zu den Spannungen mit Harry als eine stabilere und unterstützendere Dynamik wahrgenommen werden. Die Beziehung von Prinz Harry zu Camilla war von einer Reihe öffentlicher und privater Konflikte geprägt. Seine unverblümte Kritik an bestimmten königlichen Praktiken und seine Entscheidung, sich von königlichen Pflichten zu distanzieren, haben die Spannungen wahrscheinlich verschärft. Camilla, die daran gearbeitet hat, ihre Rolle innerhalb der königlichen Familie zu etablieren, könnte Harrys Handlungen als direkte Herausforderung für die Stabilität und den Zusammenhalt der Familieneinheit betrachten. Die Bitterkeit zwischen Prinz Harry und Königin Camilla ist innerhalb der britischen Königsfamilie zu einem prominenten und umstrittenen Thema geworden. Laut einer von OK zitierten Quelle. Laut einer Zeitschrift mag Camilla Harry nicht und möchte nicht, dass Charles während seiner Behandlung gestresst wird, also versucht sie, die Interaktion einzuschränken. Diese Enthüllung unterstreicht die Tiefe der Spannungen zwischen Harry und Camilla und legt nahe, dass persönliche Feindseligkeit die Familiendynamik in einer kritischen Zeit beeinflusst. König Charles, der sich derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht, befindet sich in einer schwierigen Lage, trotz der Bemühungen von Königin Camilla, ihn vor potenziellem Stress zu schützen, indem sie seine Interaktionen mit Harry einschränkt. Mehrere Berichte deuten darauf hin, dass der König immer noch eine Beziehung zu seinem jüngsten Sohn und seinen Enkelkindern Archie und Lilibet aufrechterhalten möchte. Dieser Wunsch, Zäune zu überwinden und die Verbindung der Familie aufrechtzuerhalten, unterstreicht Charles' Hoffnung auf Versöhnung und Einheit innerhalb seiner Familie. Harrys Verhalten, darunter seine Entscheidung, von seinen königlichen Pflichten zurückzutreten und seine öffentliche Kritik an der königlichen Familie, haben sowohl Prinz William als auch Königin Camilla zutiefst verärgert. Die Veröffentlichung von Harrys Buch, Späre, verschärfte diese Spannungen nur, da es kritische und aufsehenerregende Bemerkungen über Camilla enthielt. Dies hat seine Beziehung zu seiner Stiefmutter weiter belastet und es für Charles noch schwieriger gemacht, mit den widersprüchlichen Gefühlen und Loyalitäten innerhalb seiner Familie umzugehen. Harrys Memoiren rückten viele dieser Themen in den Vordergrund, mit offenen und oft kritischen Beobachtungen, die Camilla oder anderen Mitgliedern der königlichen Familie nicht gut gefielen. Die öffentlichen Auswirkungen der anderen Aktionen von Späre und Harry haben die bestehenden Spaltungen verschärft. Für Camilla wird Harrys offene Kritik als persönlicher Angriff angesehen und ihre Versuche, seine Interaktionen mit Charles während einer verletzlichen Zeit im Leben des Königs einzuschränken, könnten durch den Wunsch motiviert sein, ihren Ehemann vor weiterem Stress und emotionalen Turbulenzen zu schützen. In seinem Enthüllungsbuch Spare befasst sich Prinz Harry mit den komplizierten und oft schmerzhaften Dynamiken innerhalb der britischen Königsfamilie und konzentriert sich dabei insbesondere auf seine Beziehung zu Königin Camilla. Seine offenen Enthüllungen haben die seit langem bestehenden Spannungen zwischen ihm und seiner Stiefmutter nur noch verstärkt und ein Licht auf die komplexen Gefühle geworfen, die er ihr gegenüber hegt. Ich hatte komplexe Gefühle, als ich eine Stiefelternmutter bekam, die mich, wie ich glaubte, kürzlich auf komische Weise auf ihrem PR-Altar geopfert hatte, behauptete Harry in seinen Memoiren. Diese Aussage spiegelt ein tiefes Gefühl und einen Groll wider. Harrys Wahrnehmung, dass Camilla ihn und andere benutzt hat, um ihr öffentliches Image zu verbessern, unterstreicht die Bitterkeit, die ihre Beziehung getrübt hat. Die Verwendung des Ausdrucks persönlicher PR-Altar deutet darauf hin, dass Harry sich zugunsten von Camillas PR-Bemühungen ausgenutzt und ins Abseits gedrängt fühlte, was sein Misstrauen und sein Unbehagen verstärkte. Trotz dieser starken Gefühle äußerte Harry auch eine differenzierte Sicht auf Camillas Glück. Ich wollte sogar, dass Camilla glücklich ist. Vielleicht wäre sie weniger gefährlich, wenn sie glücklich wäre, schrieb er. Diese Aussage offenbart eine widersprüchliche Mischung aus Empathie und Selbsterhaltung. Einerseits erkennt Harry an, dass er sich Camillas Wohlergehen wünscht, vielleicht in der Hoffnung, dass ihr Glück ihre vermeintlich schädlichen Handlungen abmildern würde. Andererseits unterstreicht es seine Angst, dass ihre Unzufriedenheit zu weiterem manipulativen oder schädlichem Verhalten gegenüber ihm und anderen in der Familie führen könnte. Harrys Bemerkungen endeten nicht mit seinem Buch. In einem anschließenden Interview mit Good Morning America verschärfte er die Spannungen noch weiter, indem er Camilla als die dritte Person in der Ehe seiner Eltern bezeichnete. In diesem Kommentar ging es direkt um die langjährige Affäre zwischen König Charles und Camilla, die stattfand, als Charles noch mit Prinzessin Diana verheiratet war. Indem er Camilla auf diese Weise bezeichnete, bekräftigte Harry nicht nur die bekannten Beschwerden seiner Mutter, sondern verurteilte auch öffentlich Camillas Rolle beim Scheitern der Ehe seiner Eltern. Diese Aussage traf unweigerlich einen Nerv, da sie alte Wunden wieder aufriss und die Öffentlichkeit an ein schmerzhaftes Kapitel in der königlichen Geschichte erinnerte. Die Wirkung von Harrys öffentlichen Äußerungen war besonders für Camilla erheblich. Seine Charakterisierung als dritte Person und seine Vorwürfe, sie würde ihn für ihre PR-Aktivitäten missbrauchen, haben wahrscheinlich ihr Gefühl der Feindseligkeit ihm gegenüber verstärkt. Diese Kommentare haben nicht nur ihrer Beziehung geschadet, sondern auch erhebliche negative Aufmerksamkeit auf Camilla gelenkt, was ihre Bemühungen, ihre Position innerhalb der königlichen Familie und in der Öffentlichkeit zu festigen, erschwerte. Für König Charles stellen Harrys Enthüllungen eine doppelte Herausforderung dar. Als Vater ist er mit der emotionalen Belastung konfrontiert, wenn seine Familienmitglieder uneins sind, insbesondere wenn er mit seinen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Als Monarch muss er die öffentlichen Folgen dieser Enthüllungen bewältigen, die die Einheit und das Image der königlichen Familie zu untergraben drohen. Die Erzählung von Verrat und Manipulation, die insbesondere einen so sensiblen und skandalösen Teil seiner Vergangenheit betrifft, erschwert Charles' Bemühungen, eine stabile und versöhnte Familienfront darzustellen. Die Auswirkungen auf die gesamte königliche Familie sind nicht zu unterschätzen. Prinz William und Kate Middleton, die eine relativ harmonische Beziehung zu Camilla pflegen, geraten ins Kreuzfeuer. Die öffentliche Äußerung dieser Beschwerden übt zusätzlichen Druck auf William aus, zu vermitteln und das öffentliche Image der Familie aufrecht zu erhalten. Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William ist seit vielen Jahren Gegenstand öffentlicher Faszination und Kritik, die Beziehung des Prinzen. In seinen Memoiren – Spare – beleuchtet Harry die Komplexität und Spannungen, die ihre Bindung geprägt haben und enthüllt, dass das öffentliche Bild ihrer Beziehung oft im Widerspruch zur Realität stand. Eine bedeutende Enthüllung in dem Buch ist Harrys Bericht darüber, wie er bei der Hochzeit von William und Kate Middleton im Jahr 2011 zum Trauzeugen erklärt wurde, eine Rolle, die er als unverblümte Lüge beschreibt, die darauf abzielte, die Medien und die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Laut Harry war die Entscheidung, ihn zum offiziellen Trauzeugen zu ernennen, in erster Linie ein strategischer Schachzug, um die Aufmerksamkeit der Medien von Williams' zwei engsten Freunden, James Mead und Thomas van Straubensee, abzulenken. Willie wollte nicht, dass ich eine Trauzeugenrede halte, schreibt Harry, zitiert von britischen Boulevardblättern. Diese Enthüllung widerspricht der weithin akzeptierten Erzählung, dass Harry eine zentrale Rolle bei der Hochzeit seines Bruders gespielt habe. Stattdessen behauptet Harry, dass es nur um die Show gegangen sei, da Mehde und van Straubensee beim Empfang die traditionelle Rede gehalten hätten. Harrys Bericht legt nahe, dass die Fassade ihrer brüderlichen Einigkeit bei der Hochzeit sorgfältig gestaltet wurde, um den Erwartungen und der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerecht zu werden. Harry, der offiziell zum Trauzeugen ernannt wurde, begleitete William sogar auf seinem Ausflug zur Westminster Abbey, was eine symbolische Geste war, die die Idee ihrer starken Beziehung während der Hochzeit stärkte. Hinter den Kulissen hatte Harry den Eindruck, dass er ausgegrenzt wurde, was zu der wachsenden Spaltung zwischen den Brüdern beitrug. Die Vorstellung, dass sich ihre Beziehung in den letzten Jahren nur verschlechtert hat, wird durch die jüngste Entdeckung infrage gestellt, dass ihre Meinungsverschiedenheit vor mehr als zehn Jahren begann. Die von Harry verfasste Biografie zeigt, dass die Spannungen, die ihre Beziehung plagen, tiefe Ursachen haben, die auf wichtige Momente wie die Hochzeit zurückgehen. Aus dieser Episode wird deutlich, dass öffentliche Auftritte und königliche Rituale das Potenzial haben, die zugrunde liegenden Spannungen und Konflikte innerhalb der Familie zu verbergen. Die Beziehung zwischen Prinz Harry und Prinz William war schon immer kompliziert, da sie von ihren jeweiligen Positionen innerhalb der königlichen Hierarchie, ihren Persönlichkeiten und der extremen Prüfung durch die Medien geprägt war. In vielen Fällen wurde William aufgrund der Verpflichtungen und Erwartungen, die mit seiner Position als älterer Bruder und zukünftiger König einhergehen, in eine andere Umgebung gebracht als Harry. Die Tatsache, dass sie unterschiedliche Pflichten und Erwartungen haben, hat sich zwangsläufig auf ihre Beziehung ausgewirkt, was gelegentlich zu einem Gefühl der Trennung und des Missverständnisses geführt hat. Seine Beziehung zu William ist durch Harrys Entscheidung, im Jahr 2020 von seinen königlichen Verpflichtungen zurückzutreten und seine folgenden Aussagen über sein Leben innerhalb der königlichen Familie noch angespannter geworden. Es wurden Bedenken hinsichtlich der Offenheit geäußert, mit der Harry über seine Erfahrungen gesprochen hat, insbesondere über die Veröffentlichung von Spare, die Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten war. William war mit Harrys öffentlichen Eingeständnissen nicht einverstanden, obwohl er immer einen ruhigeren und privateren Stil gepflegt hatte. Die Konflikte, die zwischen den Brüdern entstehen, sind nicht nur eine Folge ihrer Verbindung. Vielmehr spiegeln sie weiter verbreitete Probleme wieder, die in der gesamten königlichen Familie bestehen. Harrys Entscheidung, sich von königlichen Pflichten zurückzuziehen, seine Migration mit Meghan Markle in die Vereinigten Staaten und seine öffentliche Kritik an einigen königlichen Verfahren, haben nicht nur zu einer Kluft mit William geführt, sondern auch zu einer Kluft mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie. Verschiedene Entscheidungen, die sie getroffen haben, werfen ein Licht auf die Schwierigkeiten, die auftreten, wenn man versucht, ein Gleichgewicht zwischen persönlichen Wünschen und königlichen Pflichten zu finden. Darüber hinaus zeigen Harrys Behauptungen über die Funktion des Trauzeugen bei Williams Hochzeit, welche Erwartungen an die königliche Familie gestellt werden, um ihr öffentliches Image zu wahren und wie viel sie dafür unternimmt. Obwohl Harry eigentlich nicht der Trauzeuge war, verdeutlicht die Entscheidung, ihn als solchen zu zeigen, die Tatsache, dass königliche Zeremonien sorgfältig organisiert sind und dass großer Wert auf das äußere Erscheinungsbild gelegt wird. Während diese äußerliche Zurschaustellung der Einheit für die breite Öffentlichkeit tröstlich sein mag, kann sie tatsächlich die Gefühle der Entfremdung und Feindseligkeit verstärken, die hinter verschlossenen Türen herrschen. Die Geschichte der Entfremdung von Harry und Meghan Markle von der königlichen Familie wird durch die Bemerkungen Harrys weiter untermauert. Aufgrund ihrer Entscheidung, in die Vereinigten Staaten zu gehen und von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten, sind die Beziehungen bereits angespannt. Obwohl Harrys transparente Offenlegungen und Kritiken dazu dienen sollen, einen Einblick in seine eigenen Erfahrungen zu geben, gießen sie unweigerlich Benzin ins Feuer, was es schwieriger macht, sich mit diesen Personen zu versöhnen. Die enge Beziehung, die Prinz Harry zu seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, pflegte, war ein prägendes Merkmal sowohl seines Lebens als auch seiner öffentlichen Persönlichkeit. Insbesondere in seinen Bemühungen, Dianas Andenken durch philanthropische Arbeit und Aktivismus zu gedenken, werden seine Entscheidungen und Handlungen weiterhin von dem Erbe beeinflusst, das sie hinterlassen hat. Diese Verbindung war ein wichtiger Faktor für seine und Meghan Markles Entscheidung, im Jahr 2020 von ihrer Verantwortung als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzutreten. Diese Entscheidung stieß auf große Kontroversen und war Gegenstand zahlreicher Diskussionen. Diskussion. Obwohl er von seinen königlichen Pflichten zurückgetreten ist, bleibt Harry seinem Engagement für die Bewahrung von Dianas Erbe treu. Die Interessen und die humanitäre Einstellung seiner Mutter spiegeln sich in der Tatsache wider, dass er sich aktiv an verschiedenen philanthropischen Unternehmungen beteiligte. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Harrys Werk als Fortsetzung von Dianas Vermächtnis zu betrachten. Dazu gehören Programme zur psychischen Gesundheit und Unterstützung für Veteranen. Sein unerschütterliches Engagement für diese Anliegen spiegelt den enormen Einfluss wider, den Diana auf seine Prinzipien und seine Sicht auf die Welt hatte. Als Harry erkannte, dass Meghan dasselbe passierte, hatte er das Gefühl, dass er etwas unternehmen musste. Diese Informationen wurden dem OK Magazine von einem Insider zur Verfügung gestellt. Harry hatte Angst vor dem, was seine Mutter durchmachen musste. Dieser Kommentar bringt die emotionalen und psychologischen Wunden ans Licht, die Harry aufgrund der Traumata, die Diana durchgemacht hat, erlitten hat. Die Probleme, mit denen Diana im Umgang mit der strengen Kontrolle der Medien und ihrem problematischen Verhältnis zur königlichen Familie konfrontiert war, hatten erhebliche Auswirkungen auf Harry. Angesichts der Tatsache, dass er ähnliche Verhaltens- und Behandlungsmuster gegen Meghan beobachtet hatte, verspürte er den überwältigenden Wunsch, seine Frau und ihre Familie vor den gleichen Folgen zu schützen. Einer der wichtigsten Aspekte von Harrys Geschichte ist seine Überzeugung, dass Diana mit seiner Entscheidung, aus der königlichen Familie auszutreten, einverstanden gewesen wäre. Einer derselben Insider sagte, er sei zuversichtlich, dass seine Mutter mit seinem Austritt aus der königlichen Familie einverstanden gewesen wäre. Da Diana dasselbe versucht hatte, glaubte er, dass sie mit ihm und seinem neuen Leben zufrieden sein würde. Harry hat durch seinen Glauben an diesen Vorschlag ein Gefühl der Bestätigung und des Ziels gewonnen. Es gibt eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen Harrys Entscheidungen und Dianas Bemühungen, sich von der königlichen Institution zu distanzieren, insbesondere nachdem sie sich von Prinz Charles scheiden ließ. Während er nach einem Leben frei von den Zwängen königlicher Erwartungen sucht, findet er Parallelen zwischen der Sehnsucht seiner Mutter nach Unabhängigkeit und seinen eigenen Zielen. Die Hingabe, die Harry unternommen hat, um seiner Familie eine sichere und fürsorgliche Atmosphäre zu bieten, ist ein klarer Hinweis auf den Einfluss, den Diana auf Harrys Entscheidungsfindung hatte. Seine Mutter war beunruhigt über die unerbittliche Aufmerksamkeit der Medien und er hat seinen Wunsch geäußert, Meghan und ihre Kinder vor der gleichen Art von Kontrolle zu schützen. Die traumatischen Erfahrungen, die er als Jugendlicher gemacht hat, einschließlich der Beobachtung von Dianas Nöten und der aufdringlichen Art der Presse, sind direkt für diesen Beschützerinstinkt verantwortlich, den er von Natur aus besitzt. Darüber hinaus sind Harrys Wohltätigkeitsinitiativen ein Beweis für das anhaltende Erbe, das Diana der Welt hinterlassen hat. Er war einer der Mitbegründer der Invictus Games, einer weltweiten Sportveranstaltung für Verwundete, Verletzte oder kranke Soldaten und Frauen. Diese Veranstaltung steht im Einklang mit Dianas humanitärem Ansatz für Menschen in Not. Seine Bemühungen, das Bewusstsein für psychische Gesundheit durch Programme wie Heads Together zu schärfen, zeigen, dass er sich der Bedeutung des psychischen Wohlbefindens bewusst ist. Ein Anliegen, das Diana ebenfalls unterstützte. Die Entscheidung, die Harry traf, mit Meghan in die Vereinigten Staaten zu kommen, war nicht nur eine persönliche, sondern auch eine strategische. Harrys Rückzug aus den königlichen Pflichten war eine strategische Entscheidung. Diese Erfahrung ermöglichte es ihm, seine humanitäre Arbeit und seinen Wahlkampf zu seinen eigenen Bedingungen fortzusetzen, frei von den Grenzen und Erwartungen des königlichen Protokolls. Durch diese Entscheidung konnte er seine Position nutzen, um für ihn wichtige Probleme wie soziale Gerechtigkeit, psychische Gesundheit und ökologische Nachhaltigkeit anzugehen. Der Gedanke, dass Diana mit seinem neuen Leben zufrieden sein würde, dient dem Herzog von Schassex als Quelle der Inspiration und des Antriebes. Er behauptet, dass der Geist seiner Mutter seine Handlungen und Entscheidungen lenkt. Und er hat diesen Glauben zum Ausdruck gebracht. Auch wenn er mit den Strapazen des Lebens außerhalb der königlichen Familie zurechtkommt, ist er aufgrund seiner Beziehung zu Diana in der Lage, ein Gefühl von Kontinuität und Zielstrebigkeit zu bewahren. Hier ist nun die Frage an Sie, unsere königlichen Beobachter. Glauben Sie, dass Kate Middleton berechtigt war, eine so starke Haltung gegenüber Königin Camilla einzunehmen? Oder könnte dies der königlichen Familie mehr schaden als nützen? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit. Wir möchten von Ihnen hören. Das war's mit dem heutigen königlichen Update. Wenn Sie wie immer über die neuesten königlichen Nachrichten auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal und drücken Sie die Benachrichtigungsglocke, damit Sie keine einzige Geschichte verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video.